Jetzt gleich erfahren, für Deutschland der dritte Reiter. Und das ist Mihai. Mihai Maldéa. Und er ist bei uns mit Candy. Freunde dürfen Speedy Candy sagen. Und die wissen auch genau warum. Mihai, Nerven behalten, der Rest, den regelt dein Pferd. Und dafür drücken wir dir jetzt alle gemeinsam die Daumen. Auf geht's für Deutschland, Mihai Maldéa und Candy. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.